Sehr lokal, Lebo Schneider. In Deutsch ist es schwer. Puta, Mario. In Englisch geht es aber in Deutsch. Puta, Mierde. Wer konnte in der vergangenen Saison in Leverkusen zwei Tore erzielen? Das ist peinlich. Frag doch was. Marien. Ja. Ich. Marien. Wann wurde der Sportverein Bayer 04 Leverkusen gegründet? Kann man raten. Ja, wirklich. 1904. 1904? 1904? Ja. Ja, genau. Das ist ein Buch. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ja. Welcher ehemalige deutsche Weltmeister ist Geschäftsführer bei Bayer Leverkusen? Rudi. Rudi. Für Rudi. Hi. Jetzt gehst du noch mal hoch, guck mal. Mit Blond-Head. Ja, ja, ja. Ich hab einen Sehner. Ja, ich weiß nicht. Schwierig, schwierig. Welche Farben hat das Logo der Leverkusener? Insgesamt vier Farben. Schwarz, Rot, Weiß und Gelb. Rot, Schwarz, Weiß und Gelb. Den wievielten Tabellenplatz belegten die Frauen von Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison? Ja, ich müsste das eigentlich wissen, ne? Mal schätzen. Letzter. Boah. Von Bayer Leverkusen. Frauen. Nein, nein. Aber das Kind, ey. Punkte. In welchem Bundesland liegt Leverkusen? Ja. Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen. Boah. Boah. Ich weiß, das ist in Düsseldorf. Ja. Ist richtig. Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen. Boah. Nordrhein-Westfalen. Welcher besondere Gast schaute sich das Hinspiel in Wolfsburg an? Nordrhein-Westfalen. Der Jogi vielleicht mal. Stärk. Nordrhein-Westfalen. Äh, ey, was ist für ihn? Äh, bin Nationaltrainer. Ja. Nationaltrainer. Nordrhein-Westfalen. 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 Wann wurde Leverkusen zuletzt deutscher Meister? Noch nie. Boah, lange. Nicht lange? Es sind 8 Jahre, dass ich diese Parade habe. 2012. Der war Dortmund. Zehn. Gar nie. Noch nie. Noch nie. Wer lacht. Noch nie Leverkusen. Welches Image haftet Leverkusen an? Bayern 04. Vizekusen. Boah, ist aber auch gemein, weil die gut sind, denke ich. Zweiter. Zweiter. An welchem Fluss liegt Leverkusen? Der Rhein. Oh, wie? Er ist hey, boah. Nein, nein, nein. Rhein. Rhein. Rhein, ja. Welcher Spieler ist Rekordtorschütze der Werkself? Rhein. Wihlf Kissy. Stark. Boah. A gente joga junto? É. Então, für was es das? Se você souber a resposta, você aperta e fala. Aber wenn es Pilots zusammen oder gegen nada? Ok. Isso é burro, desculpa, só pra ter certeza.